Der Startschuss in Schwenningen ist gefallen. Die Pilotanlage zur Speicherung von Photovoltaikstrom mit dem verheißungsvollen Namen Spitzenspeicher Nummer 1 hat ihre Arbeit begonnen, auch wenn das für den Laien auf den ersten Blick gar nicht erkennbar ist. Denn was von außen aussieht wie ein einfaches Trafo-Häuschen, hat es in sich. Im Innern arbeitet nämlich das Herzstück einer einzigartigen Forschungsanlage zur Speicherung von Strom aus Photovoltaikanlagen. Hier befinden sich neun Speicherelemente, die über Datenkabel mit dem Herz der Anlage dem Batteriemanagementsystem verbunden sind. Mit dieser Speicheranlage können wir über Nacht den Strombedarf von ca. 20 Einfamilienhäusern sicherstellen. Die neun Speicherelemente sammeln hier Photovoltaikstrom, der bei gutem Wetter zu viel produziert wird und sich nicht ohne großen Aufwand ins Netz einspeisen lässt. Die Lithium-Ionen-Technologie erinnert dabei an das Prinzip von wiederaufladbaren Akkus, nur in einer weitaus größeren Dimension und das war auch die Herausforderung. Die Lithium-Ionen-Batterien kennt man bereits von den Akkus aus den Handys, nur dass unser System deutlich größer ist. Ein Speicherelement entspricht ca. 2000 Handy-Akkus. Damit man so große Batterien steuern kann, benötigt man ein Batteriemanagementsystem. Das ist die Intelligenz, die entscheidet, wann und wie eine Batterie geladen bzw. entladen wird. Die Pilotanlage wird als gemeinsames Forschungsprojekt des Stromnetzbetreibers ODR und des Batteriespezialisten Warta betrieben. Dass man ausgerechnet auf den Höhen der Schwäbischen Alb ein solches System erprobt, hat seinen Grund. Wir haben eine Region mit sehr, sehr vielen Sonnenstunden, vieler Photovoltaik und natürlich haben wir einen Nachbarn, Warta-Mikrobatterie, der die Batterien erstellt. Wir haben das Netz, Warta die Batterien, also es passt wunderbar zusammen. Auf die ersten verwertbaren Ergebnisse der Pilotanlage sind alle gespannt und die Region kann stolz sein, ein solches Forschungsprojekt zu beheimaten. Dieses Projekt hat für die Region eine hohe Bedeutung. Wir sind der Raum der Talente und Patente. Alles, was mit Forschung, Entwicklung und Innovation zu tun hat, ist bei uns zu Hause und gut aufgestellt und wir wollen zukunftsfähig sein und dieses Projekt hilft uns auf diesem Weg. Der Spitzenspeicher Nummer 1. Unscheinbar von außen, hochspannend im Inneren und ein einzigartiges Forschungshighlight in der Region.